Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Video und zwar geht es heute um den 10. Spezialisten in Call of Duty Black Ops 3 Online Modus. Als erstes kommen wir überhaupt dazu, wer ist der 10. Spezialist? Der ein oder andere von euch hat ihn auf jeden Fall gesehen, der die Kampagne gezockt hat. Denn, wenn ihr jetzt mal in euren Schwarzmarkt reingeht und schaut euch den Blackjack mal richtig an, der wird erkennt, die Uhr, das Tattoo und den Bart. Und jetzt gehen wir über zur Kampagne und zwar, wer kann sich von euch noch daran erinnern? An die eine Szene, wo wir uns in der Kneipe getroffen haben mit den ganzen Chinesen oder Japanern. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von der Truppe. Wer es weiß, kann es unten gerne mal reinschreiben in den Kommentaren, wie sich die Truppe genannt hat. Und zwar saß uns da jemand gegenüber mit dieser Uhr, diesem Tattoo und diesem Bart. Nur hatte er keine Kapuze auf. Nein, er hatte eine Klatze. Und das war auch der, der erschossen worden ist, als die Stimmung da unten eskaliert ist. Eskalation auf jeden Fall. Und zwar wird sich der 10. Spezialist um diese Person drehen. Was ich auf jeden Fall richtig nice finde. Jetzt kommt es nur darauf an. Kriechen wir ihn mit der Kapuze? Macht er die Kapuzen-Nummer mit uns? Oder kriegen wir ihn als Glatzkopf? Vielleicht gibt es auch wieder optische Änderungen wie den Kopf und den Körper. Wie bei unseren anderen Spezialisten. Den können wir ja komplett ändern, wie wir es wollen. Beziehungsweise durch unsere Back-Openings schaffen wir es auch, Einzelstücke zu bekommen. Punkt 2. Was für eine Spezialfähigkeit hat er überhaupt? Das ist einfach nur der Hammer. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, mit den 10. Spezialisten die Spezialfähigkeit von euren Gegnern zu klauen. Jetzt sagt der eine oder andere, wie soll ich die klauen? Ganz einfach. Ihr legt euren Gegner um. Wenn der seine Spezialfähigkeit gerade freigeschaltet hat und ihr tötet ihn, nehmt ihr automatisch die Spezialistenfähigkeit von euren Gegnern. Das heißt für euch. Ihr könnt ein Reiniger sein. Ihr könnt den Kampffokus bekommen. Neueinstieg ist auch möglich. Es ist alles möglich. Und jetzt kommt es nur darauf an, wie schnell lädt sich diese Spezialfähigkeit von den 10. Spezialisten überhaupt auf. Ist sie sehr langsam oder ist sie so schnell, wie der Reaper seine Klinge auflädt? Das wäre natürlich richtig saugeil, weil wenn du da andauernd am Leben bist und hast das Ding so schnell voll, deine Spezialfähigkeit, dann bist du andauernd ein anderer und du kannst dir wirklich einen Arsch retten. Dann kannst du wirklich nur hoffen, dass du einen Neueinstieg drin hast. Kampffokus. Dann läuft es wirklich. Also, das wird auf jeden Fall richtig interessant. Und was auch noch interessant ist, da es viele Leute gibt, die nicht viel Glück haben mit ihrem Pack Opening. Ich hatte nur im letzten Video mal richtig Glück und zwar hatte ich da die Shadow Claw gezogen. Wer es nicht gesehen hat, das Video lade ich euch gerne unten in die Beschreibung über die Infobox. Oben kommt ihr genauso dorthin zu dem Video. Letztes Pack Opening kann ich euch nur empfehlen. War saugeil. Also, ihr werdet den Spezialisten nicht über Supply Drops bekommen, auch nicht über Pack Openings, nein. Und zwar gibt es seit dem neuesten Jahr diese Aufträge. Jetzt stand die ganze Zeit 375 Siege für 10 seltene Vorräte plus einmal eine Waffe. Und genau so bekommt ihr euren zehnten Spezialisten. Da wird es Wochenaufgaben geben, die wir lösen müssen. Denn unseren zehnten Spezialisten werden wir nicht die ganze Zeit haben. Also wir müssen andauernd sehen, dass wir diese Aufträge abschließen, damit wir den überhaupt haben. Machen wir nichts, kriegt man nichts. Ganz einfaches Spiel. Aber ich finde das persönlich auf jeden Fall so besser, als über die Pack Openings. Denn so hat jeder eine gleiche Möglichkeit, diesen zehnten Spezialisten zu bekommen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Aufgaben, die auf uns warten werden. Und noch mehr gespannt, wie lange braucht der zehnte Spezialist, um seine Spezialfähigkeit zu erlangen und dadurch sich einen Vorteil gegenüber den Gegnern zu verschaffen. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet, wenn es heißt Call of Duty Black Ops 3 Online auf euren Texas Heavy TV. Und vor allen Dingen schaut bei den ganzen anderen Videos vorbei, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, das letzte Pack Opening kann ich euch nur ans Herz legen. Da hatten wir richtig viel Glück und haben auch richtig geiles Zeug bekommen. Abonniert den Kanal kostenlos und über eine Bewertung und über einen Kommentar, was vielleicht jetzt zu dem Video, falls ihr irgendwelche Infos habt, wie die Gruppe sich genannt hat, würde mich freuen, und wenn ihr das mal unten in den Kommentaren schreibt, dann bin ich auch wieder mal schlauer. Und falls ihr irgendwelche Infos noch habt zu den zehnten Spezialisten, schreibt das genauso unten in den Kommentaren rein. Ich werde mit euch das Ganze diskutieren unten in den Kommentaren. Und vielleicht wird auch noch ein zweites Video dazu kommen mit euren Fragen, beziehungsweise mit euren Antworten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ich lade euch herzlich ein zu dem nächsten Video. Ich wünsche euch was. Macht's gut!